moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen trick zeigen wie sich die zombies unter euch versammeln im packer punch raum so was sie machen ist leute immer strom und packer punch aktivieren nachdem ihr das gemacht habt schießt ihr vier von fünf blaue kugeln vom kaffee ist der gab so wie ich hier so nummer vier und ich lasse mir als letztes den am stuhl über was ihr nun machen müsst leute ich schießt diese kugel nicht ab ihr geht in eine anomalie rein wenn ihr dann in der anomalie seid leute müsst ihr kurz bevor die anomalie endet die letzte kugel abschießen die wird euch zwar nicht angezeigt aber ich schießt an die stelle wurde sich normalerweise befindet so wie ich jetzt im video kurz vor der teleportation einmal gegen schießen und um sicher zu gehen leute schießt direkt noch mal dagegen wenn ihr zurück seid so wie ich okay wenn ihr das gemacht habt dann müsst ihr paar sekunden warten und dann sollte eigentlich auch der kaffee dance starten ohne anomalie wie ihr seht ja so jetzt leute ihr klettert hier auf die treppe und springt auf die box okay ich bin jetzt einmal runter gefallen aber ihr springt auf die box leute so wie ich jetzt einen moment so wenn ihr da oben seid lauft ihr so ein bisschen vor und zurück und wenn wenn ihr seht dass sie stehen bleibt und euch nicht mehr mit der box mit bewegt und eure füße in der luft schweben dann hat es geklappt dann wartet ihr nur noch bis das kaffee ist der vorbei ist und die zombies sammeln sich unter euch das gute an diesem glitch ist dass der megatron und die hunde euch kein damage zufügen aber ich würde euch empfehlen geht hier mit der wunderwaffe rein falls eure munition hergeht wie ihr seht kann man auch drops aufheben und ihr könnt auch den energie minenglitch hier benutzen das war's dann mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video bis zum nächsten video